die armen hatten also wir waren zu fünft und zwei also eine hatte null null und die anderen hatten leider leider minus aber der abend war trotzdem schön yes das letzte level aber hätten auch nach oben gehen können das letzte mal okay starten wir doch mir so weit gut ich habe heute ja das ist die hauptsache oder du meinst mich ich hatte heute putztag das heisst ich habe meine ganze wohnung auf vordermann gebracht die wohnung auf vordermann gebracht und eingegessen und eigentlich den tag recht schild genommen mit einem anderen spiel moment von was redest du In einem anderen Spiel. Kann man da... Geil. Und... Ganz doof. Was? Was ist jetzt genau passiert? Soll ich mal einen anderen nehmen? Das könnte ich machen. Das könnte ich machen. Wer würde euch gefallen? Welchen Charakter soll ich nehmen? Geh weg, du. Eins, zwei... Jetzt warten. Eins, zwei... Jetzt! Da... Nee, nicht. Pitch ist immer so... Die schwebt mehr als irgendwas anderes. Nein. Wie hat es mich jetzt da... Hast du das? Hinten runtergebreitet. Hast du das gesehen, Fabian? Ich habe das nicht gecheckt. Also Moment. Wir wollten... Kann man da einfach da drauf? Nee. Erst kurz zurück zur Karte und wählen. Nein. Das ist irgendwie für einen geilen Charakter. Hey, Pascal! Moment, jetzt habe ich gerade das falsch gedrückt. Na du? Alles gut? Alles gut? Ah, da kurz auf B drücken. Komm, wir nehmen Toad, weil... Die anderen... Also Peach... Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Oh! Nein, genau rein. Yes. So. Genau, Pascal. Wieder besser? What? Was habe ich nicht mitbekommen, Pascal? Was habe ich nicht mitbekommen, Pascal? Ging es dir? Äh... Nicht gut? Ich bin nicht geschaffen. Oh! Ah ja, stimmt. Du warst orange. Das sehe ich gerade. Aber... Hä? Ich finde es toll. Ähm... ...Alessio. Ich finde es toll. Ähm... 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 Ja... Dann hättest du gar nicht mal mitkommen können, auch wenn du wollen hättest ins Casino. Scheiße. Scheiße. Aber jetzt... Also was... War es schlimm? Oder geht es wieder? Hm... Was machst du auch... Was machst du auch... Nein, nein. Ich... Genau da rein. Aber jetzt wieder okay. Hatte heisst... Pünktlich zum... Pünktlich zum... Ähm... Heisst zum Neujahr bist du wieder fit und knusprig. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das freut mich... Ah! Das heisst aber nicht, dass du schon gesund bist, oder? Dem nach? Nöööö. Genau, rein. Schade, dass ich da nicht hoch kann. Gibt es jetzt nur einen Pilz? Ah, sehr schön. Oh ja. Komm mir jetzt nicht mit... Ich bin alt mit diesen knusprigen 32 Jahren. Komm mir nicht so, sonst fühle ich mich auch gleich alt. Dragosso, hey. Und Valiselle? Kenne ich, ja. Natürlich, wäre schon nicht. Ich hatte damals noch das Original. Und, ja, Super Mario Princess ist geil. Aber schon x Jahre, 15, 20 Jahre nicht mehr gespielt. So, Dragosso, dieses Mal bist du ein bisschen früher da. Alles klar. Ah, ja, und, und? Wie hat er einen Stuhl gekauft? Hat es einen Turbo-Stuhl gegeben? Yeah. Fabian. Cool. Oh ne, ne, ne. Ich will jetzt nicht schon alt sein, Pascal. Das gibt's jetzt nicht. Nee. Nein, es darf nochmals zurück. What? Irgendwie bin ich mit Mario gewöhnt, mit seiner... Okay. Naja. Nicht wirklich gut. Aber trotzdem geschafft. Ah, hast du gesehen, Pascal? Ja, danke voll. Das ist aber lieb von dir. Wenn es Yoshi geben würde, würde ich Yoshi sofort nehmen. Aber da will Yoshi nicht zur Auswahl haben. Rosaline gibt's ja später noch, wenn man da alles durchspielt. Aber, ähm... Ah, genau. Äh, Pascal. Ich hab jetzt, ähm... B, B, B. Ich hab jetzt da, äh... Bin ich in die... Äh, von oben. Okay. Bin ich in die Liga der... Ich kann in Full HD Stream kommen. Äh, also Full HD Stream gekommen. Und... Auch auf allen Devices läuft es flüssig. Also nie mehr... Äh, es stockt oder was auch immer. Das finde ich cool. Und immer noch. Ähm, also. Mhm. Genau. Ja, ja, ja. Nein! Genau, nein. Ich hasse die, ich hasse die. Und ohne Blume kann ich da nicht einmal Feuer machen. Und was heisst du heute noch vor, Pascal? Chillen und den Tag ausklingen lassen. Ah ja, genau, Blume aus dem Inventar hätte ich ja auch noch gehabt. Fabian sieht wieder alles. Nicht mehr viel. Leckeres. Genau, chillen, sehr schön. Und Gabi? Muss... Ja, stimmt. Du warst eigentlich von Anfang bei Outlast dazugekommen. Und seitdem warst du dabei, stimmt. Und... Yes. Nein. Ja, sehr schön. Äh... Arbeite noch bis... Okay. Yes. Doch noch geschafft. Dann gibt's was Leckeres. Ich hoffe für dich nicht nur eine Suppe. Äh, halt, halt, halt. Miraculine. So geil. Uh. Geh. Ich wollte eigentlich kurz Anlauf holen. Das ging in die Hose. Ah... Im Casino war's sehr geil. Wow. Yes, ich hab's doch noch geschafft. Sehr geil. Leider für ein Paar nicht ganz so, ähm... Sag ich jetzt mal, lohnend im Geldbereich. Für mich war es eigentlich sehr gut. Ich habe für mich jetzt genug gewonnen, sage ich jetzt mal. Vor allem nicht verloren, das ist immer die Hauptsache. Aber leider eben die Zahl, die ihr mir gesagt habt, um Viertel nach Acht, die ging etwa dreimal nacheinander am anderen Tisch. Aber Viertel nach Acht an diesem Tisch, wo ich gewesen bin, leider nicht. So, jetzt gibt's Schönes, ähm... Entschuldigung, die Katze. Oh, Pascal. Weil ich habe ja jetzt Text-to-Speech, das heisst, ich muss nicht mehr auf den Chat achten und dann liest es mir immer die Sachen vor, die du da schreibst. Mir geht's sehr gut. Danke, Alessio. Mir geht's gut. Heute zu viel geputzt, wie gesagt. Aber sonst geht's sehr gut. Jetzt gehe ich dann um 19 Uhr noch ins Fitness. und dann auch den Abend ausklingen lassen. Oh, okay. Oh, nein! Nein! Haha, Computer-Knie. Paddy, hallo! Alles klar? Nein! Uäh! Ui, mit Mini Mario! Naaah! Jetzt geht er eben zu schnell. Mach das, Fabian! Ähm, mein Gott. Doch, da ist was. Da ist was! Ah! Geil! Das habe ich jetzt gesehen. Äh, schönen Abend, Fabian. Bis zum nächsten Mal. Und genies den Abend. Boah'o! Yes! Duplo! Ja, danke, danke. Soweit schon, Paddy? Nein! Öh. Okay. Wo geht's denn da hin? Oh geil Das habe ich auch noch nie gesehen So geil Und was isst du genau? Alessio Was isst du denn leckeres? Halt, halt Kann ich nicht? Mh Weil diese zwei Plattformen da hinten, die kann ich eigentlich bewegen, dass die nach oben gehen Moment mal kurz Oh shit Oh shit, oh shit Mit Mortadella, oh geil Habe ich schon lange nicht mehr gegessen Also esse ich immer, wenn ich In den Ferien bei Mh, gibt's das? Wolle, ich muss wieder mal meine Skill Handschuhe nach vorne nehmen Kann ich da hin, so? Ne, okay, nicht ganz So, geh kaputt Du auch Und los geht's Oh Hey, dem Ne, da geht's nicht Die habe ich Seit gestern vermutlich wieder rausgezogen Oh Shit Äh, bin ich da? Ja doch In der richtigen Röhre, sehr geil Yes Yes Das stimmt, Alessio Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Ich wollte den Stern noch mitnehmen Und prompt Drüber hinweg Ah, was haben wir schönes Das zählt Danke Paddy Nächstes Das sieht aus wie ein Eislevel Bullis An der Lavafurt Okay Nicht ganz eisig Doch Blaues Lava Geh weg Geh weg Ich hab letztlich einen Speedrun gesehen Von Mario 3D World Ist auch geil aus Weh Weh Und los Nein In Mario 64 Hast du noch in die Lava gehen können Ohne dabei zu sterben Und hier Komm Bulli Komm Bulli Nein Gibt's nicht Genau in diesem Moment Den Stream von gestern Der war cool Warum gehen die nicht kaputt? Da brauche ich nichts Oh Schaffe ich's noch? Nein Ich schaffe es nicht Zu viel gewollt Ja, ich glaube, ich bin Nein, 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 nein Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Hey, der... Ernsthaft, ich habe Siri aktiviert. So geil. Moment kurz, Niko, genau, fuck. Jetzt habe ich es verpasst. Niko, wie geht's? So, komm, komm. Geschaffen dieses Scheiss. Minecraft kenne ich, ja. Leider nicht gespielt oder auch nicht probiert zu spielen. Aber viele sind richtige Fans. Aber mich hat es nie gepackt, dass ich jetzt sagen musste, komm, wir probieren das mal einen Stream lang aus. Leider nicht. So. Kurz warten, bis wir eine Ruhe reinbringen. Ja. So, geh weg. Den Stempel brauchen wir nicht. Ja. Ja, ja, ja. Und rein in die Kiste. Ja. Äh, mir auch, Niko. Oh, danke. Mir geht's auch gut. Danke den Nachfragen. Äh, weniger. 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 Ja. Jetzt haben wir ja wieder ein Spiel mehr in der Liste drin, die wir spielen werden. Und damit wir da allem gerecht werden, werde ich Outlast und The Last of Us und so weiter spielen. Und eher weniger jetzt Minecraft. Und ganz bestimmt nicht Minecraft. Vor allem bei Minecraft braucht es auch wirklich Zeit. Nein, 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 nein. What the fuck? Ja. Habe ich die, habe ich die Fahne, den Checkpoint erreicht? Ich weiss gar nicht mehr. Yeah. So wies. Immer wenn das kommt, dann weiss ich scheisse. Ich bin so scheisse. Ah, die Gegner gehen auch gleich kaputt. Okay. Definitiv. Yes, alle drei Sterne. Sehr schön. Was wollt ihr hier? Nichts gibt es. Nein, nein, nein. So. Nein. Oh, it's out. Yes. Bowser, wir kommen noch drei Level und dann haben wir dich erreicht Vier Zwischenboss Fünf Er holt wieder seine Stärksten raus Du meinst die Regenbogenwelten Hier oben Geh weg Geh weg Oh shit, da muss ich kurz warten und verschwinden Ich opfere meine Blume Auf den Kopf und weg mit dir Wolle, 13. Januar ist nicht mehr weit im Feld Freust du dich auch schon so? Nein Explodiert Yes Geile Sache Und Stern Aber komme ich überhaupt hoch? Bolle Ist das nicht nur, wenn ich komplett alle Sterne gefunden hätte? Habe ich mal gemacht Jeden Stern, jeden Stempel, alles Komplett Weiss man schon die Zeit eigentlich? Ich habe das gar nicht mitbekommen, ob man schon die Zeit weiss Wow Was ist mit hier los? Geh mal rein Wer zur Büchse Was? So Und Bam Auf den Deckel kriegst du Wow Daddy Snow 5 Uhr morgens Okay Geh rein da Und Bam Ein da Ein da Nochmals Und Auf den Deckel kriegst du Komm zu mir Komm zu mir Komm zu mir Bam Und Gut Yes So witzig Mario macht das Total Das Alle guten Dinge sind Drei machen Die in jedem Spiel Das sie machen Fast Also Definitiv Machst du durch Oder Gehst du früher Schlafen Damit du da Wach bist Am 13 Das ist Moment 7 8 5 Freitag Freitag oder Samstag 13 Im Reich Des Hammerhais Oh Wieder mal ein Wasser Schäsch Schwimmen Wo sind die Hammerhaie Rasen Zieh Ich gehe nicht kaputt Für die Aufstehen Okay Würde ich auch so Machen Ich hasse die Die sind so mühsam Ich hatte So was für ein Schwein Augen brauche ich nicht. Amanda, ich muss selber. Ruhe! Ah, das ist Zeit. Ich dachte, das wäre ein Stern. Ok, uff. Und los geht's. Trotzdem will ich da noch runter gehen. Ne, weisst auch nichts. Scheiss Hammerhaie. Genau in diesem Moment wollte ich Minus drücken. Weisst man eigentlich schon etwas mehr über das Mario, das kommen wird für die Switch? Oh, das sind bis jetzt die Infos draussen, wo ich auch noch weiss. Ah. Da will mich jemand verarschen. Woah. So, ich will eine Blume. Gib mir die Blume. Nein, 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 nicht mehr. Stimmt. Die Goldcoins, die grossen Sternmünzen. Ja, stimmt. Und ähm. Du meinst, am 13. werden wir etwas mehr hören. Äh, das Speicher. Der Speichpunkt wäre hier gewesen. So ein Kacke. Ich glaube, er meint New Super Mario Bros. Das für die Wii U. Der. 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 Alle sterben. Uah. Geil. 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 Ah, okay. Cool. Nicht, dass sie da einfach so einen doofen, doofen, ähm, wie heisst es? New. Wie kann ich da? Ähm. Zwei, drei Sekunden mehr zeigen vom Spiel und fertig. Also, die verstehen sich immer mit tausend Jahren voraus, irgendwelche News zu bringen. Und dann, also ich bin gespannt, ob das, wann die Switch wirklich rauskommt. Bin wirklich gespannt. Nicht, dass das irgendwie wieder 2018 oder so wird, weil dann drehst du durch. Ich will jetzt das Zelda spielen, das jetzt da 10 Jahre angekündigt wurde. Na, schön, schön. Na. Nein, 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 nein. Kann ich nicht holen gehen, sonst mich tut. Ja, ich sag's noch und glitsche rein. Scheisse. Oh. Also, ich hoffe es. Es wäre geil. Jetzt, wir sehen wir. Nö, 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 nö. Das Level ist für genau gar nichts. Geh weg. Geh weg. Du. Ne, jetzt kommt noch mehr. Blumen, Blumen, Blumen. Zurück. Und. Yes. Alle tot. Nach 100 Sekunden. Sehr schön. Putzfische. Wollen wir uns noch zu entstempeln, wenn wir schon alles andere nicht geschafft haben. Nein, 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 nein. Nein. Ah, shit. Ah, shit. Ernsthaft, dass ihr da so weit springen könnt? Ja, klar. Was hatte ich jetzt für Glück? So was von schön. Ah. 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 Gehen wir ins. Ah. 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 Aber mehr oder weniger. Mega Schwein gehabt. Ha, ha. Gut. Wenn das nicht schon jemand benutzen würde, würde ich zum Teil mega gerne sagen. Woh, der freaking Banana. Das finde ich so witzig. Oh oh oh. Vor allem würde ich so ein Marys Sunshine wieder geil finden. Das fand ich damals richtig geil. Kann ich da? Ja, ich kann da hoch. Da drüben ist bestimmt was Schönes. Ja, habe ich es doch gewusst. Woher nicht sterben? Wenn man dann nie weiss, wie viel Platz man hat. Ich fand das cool. Und wenn ich immer die Speedrunner anschaue, die das auch Mario 64 spielen, das ist ja krass. Man muss wirklich jeden einzelnen Winkel kennen, der das Spiel zu bieten hat. Krass. Sehr schön. Wir haben noch einen Turm. Und ... ... ... ... Warte, ob du Strom machst, Nummer 2, Nummer 3, sehr schön, ue, nein, ich wollte noch fliehen, zu spät, jetzt kommt, schnell, Turbo, ja, 1000% Respekt, vor allem, es gibt verschiedene Speedrunner, habe ich gesehen, teils gibt es Speedrunner, die streamen und teils, die das nicht streamen und die, die das streamen und dann noch mit den Leuten quatschen und irgendwie da gewisse Sachen machen, damit muss ich sagen, sorry, aber ihr könnt das einfach im Schlaf, es kann gar nicht anders sein, ne, bleibe nicht ganz, ba, da, 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 1, 2 Level sehe ich da, bevor wir zum Big Boss kommen, hm, ok, das ist eine Abzweibung, ah, geil, ein Toad, 5 Sterne, schade, dass das Spiel, das sie gemacht haben, nur mit Toad hier, nicht so gut ankam, nicht so gut ankam, Turbo rein, oh, warten, holen wir wieder raus, und schnell, 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 Wow, blind, also blind, nein, ich habe mal einen gesehen, der Super Mario, blind durchgespielt hat, das war auch nur noch krank, weil blind heisst auch noch nie gespielt, deshalb frage ich dann auch, uah, wie komme ich eigentlich zu dem unten da, ah doch, da rein, aber da kann ich nicht rein, ah, von oben nach unten dann, am Schluss, ok, oh, ja, nicht sterben, nicht sterben, mein Kleiner, ja, ich auch, war das auch so ein Junger, ähm, wo habe ich den Stern, wo ist denn der, wo ich da verpasst habe, da, und wie, ah, eben, ah, blind foldet, und das, äh, blind ist noch nie gespielt, ja, genau, genau, stimmt, hast recht, äh, müssen wir halt nochmals nach unten gehen, ich habe da einen verpasst, so deine Alter, nein, den, den ich meine, wäre, wäre, unter 20, also, einmal nach oben, und, ich hätte nur zurücklaufen müssen, so, und, so, Lava Level, oh, das, das ist schwer, da mag ich mich noch erinnern, das ist richtig schwer, ah, ah, nein, ich meine nicht das, da, wo man auf dem, Lava Ball oder Stein Ball herum, turnen mu, turnen muss, aber das ist nicht dieses, ne, Wui, gut, schnell, 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 schade, dass man da nur ein Leben hat, und nicht wie bei Mario 64, wo man da noch, äh, einfach kleiner wird, und kurz in die Lüfte geht, Boah, Scheiße, das war jetzt knapp, warte, ja, nicht zu schnell, Geh weg, so, äh, da ist ein Stern, sehr schön, dir zwei, kenn ich, und, ähm, könnte ich bestimmt mal machen, aber, äh, ich kann dir noch nicht genau sagen, wann, yes, und, ah, nein, ich wollte jetzt gerade sagen, alle Sterne, aber wir sind ja lange nicht fertig, Wuhu, Spielst du eigentlich auch Orospiele, oder schaust du die nur gerne zu, Alex, äh, Alexi, da ist noch, wie komm ich da nach drümen, nö, wo, 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 so los geht's schnell 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 ja und jetzt bitte ich in eine ja ja sehr schön mal schauen wie weit die jetzt kommen sind noch wir noch ein boss haben bevor wir dazu kommen oder was wirklich das letzte war wie viele sternen brauchen wir doch das wäre vielleicht nicht das ist das leben wie viele braucht es 130 wir haben genug perfekt und weg ist es wo sie schloss im lava Ja, Endboss. Auf den Kopf. So, macht man das. Slender. Das ist krass. Das habe ich. Definitiv bekommt er sowas von einem... Wey, jetzt hat er schon einen ganz grossen Tritt in den Hintern. Er hat alle meine Feen hier. Oh cool. Was bist du denn für ein? Bam. Er muss nicht immer meine Feen entführen und Prinzessin Peach, beziehungsweise dieses Mal ja nicht. Es ist doch witzig, dass in diesem Spiel, ich glaube, eine von den wenigen, wo sie nicht irgendwie entführt worden ist. Ozer is cool. Nein. Definitiv nicht. Ah, wenn die leuchten, ist nicht gut Kirchenessen, okay. Okay. Nummer 1. Hm. Boah. Tup, 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 tup. Ah, ich habe den Boomerang nicht mehr. Schade. Jetzt muss ich mich noch blöd hitten lassen. Was ist das hier? Ah. Geil. Super Hammer, Brüder. Er haut dem anderen selber auf den Kopf. Sehr geil. Ja. Ah, rein da. So, jetzt kommt der Endbus. Dum, 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 dum. Du kriegst auf den Deckel. Es geht nicht einmal sehr lange, glaub mir. Bäm. Tod. Einmal. Ah, schade. Entschuldigung, schade. Nein, die nicht. Nein, die nicht. Frisch. Frisch. Ja, sehr schön. Frisch Kräfte tanken, damit alles wieder schön am Platz ist und sauber ist. Und, schnell. Wow. Wow. Ah, schade. Oh, schade. Mmh. Scheisse. Pilz, Pilz. Gib mir einen Pilz oder gib mir einen geilen, einen geilen Fussball, damit ich das Tier reinzahlen kann. es wird schwer jetzt wow wie viel hat der wie viel hat der tot immer noch zu schweine runter geht es ja nicht bitte nicht sterben ich müsste alles wieder von vorne machen ich will nicht sterben ja final boss Fabian genau jetzt bam wie viel Leben hat der normalerweise ist der nicht so krass drauf jetzt aber und meine Güte nur noch 100 fuck wenn du jetzt nicht langsam kaputt gehst ja runter mit dir ja selber schuld dieses mal bist du am Arsch klein aber oho so ja ja aber das hättet ihr auch selber können sie retten da rest in peace so wir machen noch ein ja 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 gut das mag ich mich gar nicht mehr erinnern Geil. Hm, geil. Der kleine Maritone. Nein, 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 nein. aber habe ich noch etwas gesehen oh ja eins, zwei, drei, vier wenigstens eins so rein in die gute Stube oder in die gute Röhre der läuft so geil, wenn er klein ist hoch ah, geil gemacht mehr leuchten könnte dieses Bild hier nicht ja, den habe ich komplett vergessen dachte, das wäre schon fertig aber sehr schön schnell, schnell, schnell einer der gibt es nicht ist eine der besseren Musik finde ich auch nur kommt da nichts Dab on him hey äh,推 Paul Oh, Achtung. Tap on him. Sagt dir das nichts? Moment. Ich zeige es dir kurz. Stimmt Fabian, ich zeige es dir gleich. Lass uns kurz. Oder warte, ich kann ja da Pause machen. Ähm, ich zeige es dir kurz. Sagt dir nichts? Ähm. Also. Also es ist so. Generell. Generell ist es diese, ähm, wie heisst es? Diese Bewegung, also so ist es gemeint. Sieht man das? Ja super, ich schmeisse noch das Mikro runter. Ähm. Und das kommt im Film vor. Also im Film im, äh. Im YouTube-Video. Moment kurz. Hier. Vielleicht sagt dir das Lied etwas. Und das ist so, wie mit der Sonnenbrille und mit dem Joint, wo sie immer eine Zeit lang bei den Videos reingefügt haben. Und, ähm, da gibt es zum Beispiel auch, ich glaube vom Link auch einen. Ähm. Also fast jeder Charakter, den ich irgendwo mal gesehen habe. Zelda. Hier. Pikachu zum Beispiel auch. Ist mega Hype drum gewesen. Oder. Ähm. Deadpool. Bist du zu alt? Nein, komm schon. Das gibt es nicht. Zu alt ist man für gar nichts. So. Wieder zurück ins Spiel. Aber das ist so. So, in diesem Sinne. Ich habe es geschafft. Ich bin der Checker. Ähm. Alessio mache ich gerne. Aber, ähm. Jetzt wollen wir da noch kurz ein bisschen weiterspielen. Weil ich nicht mehr allzu lange da bin. Musste das sein. Musste das sein. Einmal Turbo und drei, zwei, eins. los. Yes. Kann ich ja drüben springen. Ich dachte, es geht gar nicht. Aber es geht. Sehr schön. Katze. Hoch. Hohe. Falsche Richtung. Bitte. Wieder mega knapp. Ich bin ja Meister der Sekunden ausnutzen. Stirb. 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 Oh ja. Mega knapp. Gibt es das was? Nicht? Was habe ich dann gemacht? Oh, 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 ich will den Ich will den Wow Nein Ja Das war jetzt knapp Das hätte fast nicht Wenn der Block hier nicht noch Nach links gegangen wäre, hätten wir es nicht geschafft Definitiv nicht Meine Güte wie knapp ja, das schaffen wir erstmal Schwung und los geht's nein, 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 nein hm diese Musik findest du ganz geil süsses Räderwerk oh, die Mäuse, genau ah ne, die gehen nicht kaputt hab ich vergessen hab ich vergessen du musst gar nicht ich wollte schon sagen, du musst dich gar nicht meinen und schon bin ich tot gibt's da noch ne, da gibt's nicht was schönes schade nein, ich hab vergessen, dass die wieder im falschen Spiel sind für eine Wirbel Attacke ne, diese scheiss Mäuse müssen die auch Stacheln haben müssen die auch Stacheln so, einmal runter und jetzt meine schönen Blumen ah, ne Bumerang noch erwischt Bumerang noch erwischt so geht's doch so geht's doch das schon viel leichter Uuuuuh Turbo ha ne, ich brauche mich nur zum schauen, wohin lasse ich muss aber ich weiss wohin nein sehr schön oh naja, perfekt wir sind auch witzig ich glaube ja da unten ist auch noch was sehr schön und oh, schnell oh schade habe ich den Bumerang äh verpasst ähm Moment ähm sieht gut aus ähm aber ich muss es mir noch äh genauer anschauen ich bin noch nicht dazu gekommen irgendwie das zu installieren oder so ähm hey nicht schlecht bis ganz nach oben ähm ja ähm oh Oh, Nessi, 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 oder? Oder wie heisst er? Nessi? Ne. Nessi! Ich habe nicht gesagt Siri. Meine Güte. Mein Handy. Unbedingt etwas machen. Etwas Süsses. Bald ist es ja so weit. Nein. Nehmen wir nicht. Nein. 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 Super. Ich habe alle Münzen. Oh. Dass es immer Siri abtragend muss. Yes. Und Juhu. Oh, 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 oh. Schwein gehabt. Fast wenig da. In den Abgrund. Sehr schön, sehr schön. Du siehst fast aus wie Trico. Kann ich dich mitnehmen? Ich habe ein Spiel, wo du vorkommst. Sieht wirklich auch fast wie Trico. so. Yes. Leute, probiert mal Song-Requests aus, Ausrufezeichen, Song-Request-Abstand-YouTube-Link, weil ich kurz aufs Klo muss, kurz schauen, ob jetzt das Mittelwein geht. Weil heute ist ein Update rausgekommen und ich hoffe, dass das jetzt geht. Bitte, bitte. Geht, 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 geil. Endlich, juhu. Sehr gut, dann bin ich gleich zurück. Egal. Bis gleich. Egal. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich den auch sehr, sehr viel gehört. Repeat off to playlist, skipsong, pause. Pause und zurück. Aber cool, es geht wieder. Dann kann ich das für mein Projekt oder mein Special Event dann brauchen. Mache ich dann noch kurz. So circa 18.30 Uhr. Und falls ich heute nach dem Training noch Lust habe, werde ich heute Abend noch einen Stream machen. Da gibt es ein kleines Special Stream. Das ist noch ein bisschen geheim. Wird aber bald, bald gelüftet. Und damit meine Moderatoren hier nicht ganz so viel, sag ich jetzt mal, machen müssen. Könnt ihr natürlich frei machen, weil es vermutlich ein Spiel sein wird, das ihr nicht ganz so mögt. Um 24 Uhr meinst du, oder 24 Stunden? Also definitiv alles andere als... Nein. 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 Ja. Ich denke, da werde ich noch ein bisschen... Wenn es von der Stimmung her passt. Wenn... Also wie gesagt, das ist nur... Eine vielleicht. Wenn ich da noch Lust und... Lust habe und so. Dann werde ich heute noch Outlast spielen am Abend. Aber definitiv 24 Stunden... Also war einmalig. Zwölf Stunden, habe ich ja gesagt, machen wir ihn wieder. Halt mal. Das wird auch noch geplant. Aber... Ne. 25 Stunden. Das dürfen von meiner... Von mir aus dürfen das wirklich alle machen. Ne. Also... Du weisst ja Outlast. Da darfst du wirklich... Also ne. Halt. Ich drücke mich immer falsch aus. Du darfst überall entscheiden, ob du kommen willst oder nicht. Aber ähm... Bei ähm... Bei ähm... Outlast... Habe ich ein Heinteständnis dahinten. Und so keine Kacke. Bei ähm... Outlast ist natürlich... Das ist wirklich nicht jedem seins. Und... Das verstehe ich völlig. Wow. Wo geh ich hin? Wo geh ich hin? Scheisse, zu tief, zu tief. Ja. Ich bin eingeklemmt. Majoris Mask. Oh. Ich würde es jetzt auch sehr gerne wieder mal spielen. Mario das mal. Ah, apropos... Tollem. Ich habe mir überlegt... Ähm... Ähm... Wegen Wind Waker. Soll ich das wirklich nur Let's Playen? Oder soll ich das... Im Stream spielen? Was meinst du? So. Oh. Nichts nochmals. Boah. Nein. Nein, nein, rein, rein, rein. Dann... Ähm... Ich habe die Tür nicht erwischt. So ein Käse. Moment. Ach jetzt. Oh. So. 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 Was macht ihr eigentlich alles schönes am Silvester? das problem ist also gebe ich dir ganz klar recht das problem ist einfach ich komme schlichtweg nicht dazu ich wollte wollte schon lange da weiterfahren also was ich machen würde da ich jetzt das mit dem youtube ja ich will wieder habe ich gespielt und habe ich sogar glaube ich ich will jetzt dieses mal das schaffen kurz einen moment eben ich würde da über eben von vorne beginnen weil ich das mit dem youtube mache dass ich das ja auf youtube und so ok einfach anstelle nein schon wieder so ein käse ich hasse diesen part du weißt du mir egal ich nehme unbesiegbar taluki ich weiss es auch nicht es ist alles ein käse aber eben da würde ich da von vorne beginnen und ist dann auf youtube laden und ja das denke ich wäre eigentlich eine gute idee dann hätten wir wieder ein zel da drinnen dann hätten wir mario abgeschlossen und ja sehr gut So, jetzt gehe ich einfach nicht auf das Scheiss-Frage-Zeichen, gehe einfach da raus, sehr schön. Du musst gar nicht meinen... Stimmt, wir haben ja das, das erste Mal haben wir es, glaube ich, so beim 12-Stunden-Stream. Gespielt, beim ersten oder 12-Stunden-Stream. Stipp, 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 stipp. Bum, bumm. Bum, bumm. Ja. Ja. Ah, nur angefangen, ich bin... Meins bin ich gar nicht so weit gekommen. Ja. Bum, bumm. Bum, bumm. Bum, bumm. Bum, bumm. Bum, bumm. Bum, bumm. Bum. Sehr schön. Bum, bumm. 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 Nächste Woche wird dann wieder weniger gestreamt, leider. Nächste Woche wird wieder eher so Mittwoch, Samstag und oder Sonntag. Gibt es auch ein schönes... Ja, nicht schlecht. Ah, ich habe den Wasserpegel nicht beachtet. Yes! Das ist aber lieb. Schaut er sich gerne Streams an? Aber dann kann ich ihn kennen, sehr gut. Ich leide nicht Schauen. So, los geht's. Also, du meinst, Nico, wegen dem Feiern. Ich werde von Dichinoas essen gehen und mit meinen Eltern feiern und dann später gehe ich danach zu Freunden und feiern mit denen noch. Nach wieben. Cool. Ah, ich freue mich. Oh, Moment, da kann ich ja auch noch hoch. Gibt es bestimmt auch noch etwas. Lass mich runter. Ja, da gibt es bestimmt noch etwas. Ein Mario? Was? Was ist das? Hat das jemand schon mal gesehen hier? So witzig. Aber... Für genau nichts. Oder... Gibt es eventuell auf der linken Seite noch etwas so? Ah, ich freue mich. Nö. Ohne... Boah. Ah, okay. Cool. Ne, das wusste ich nicht. Dass da in jedem Level 1 versteckt ist. Geil. Oh. Ne, 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 ne. Oh. Aber eben ich freue mich auf das Jahr 2017. Ich freue mich richtig. Wird ein gutes Jahr, glaube ich. Ich hab Dich gehört. Ich hab Dich gehört. Du konntest Dich gar nicht verstecken von mir. Na, Turbokatze. Oh. Nein. Nein. So ein Käse mit Wurstsalat. Eigentlich müsste ich ja gar nicht da hoch. Die Katze würde ja eh hochkommen. Und morgen, wenn ich dann noch streamen werde, wird es dann wieder mal The Last Guardian geben. Hm. Ich bin dann wieder mein Besten Last Guardian. Ja. Dann haben wir. Oh. Oh. Geil gemacht. Äh. Äh. Nö. Ich bin gleich mal bei dem. Ähm. 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 Dann will ich einfach möglichst noch allen ein gutes oder schöne Festtagen. Ähm. Sag mal mit dem schon. Ähm. 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 Wäre wieder am Nachmittag. Vielleicht. Drei, vier Uhr. So in diesem Zeitrahmen her. Tap 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 Ja, sehr schön Ah, die gehen da nicht kaputt Da geht mein Boomerang flöten. Aha, ja, nein, abends bin ich selber weg. Telefoniert ihr eigentlich viel? Oder oft? Oder schreibt ihr eher? Wir schaffen es schon noch, alle Sterne zu erwischen. Pfff. Oh. Oh. Ah. Cool. Nein. Hä? Vielleicht komme ich noch hoch? Nein. Komm mich leider nicht hoch. Ah, cool. Finde ich doch top. Ist der auch am Selothorn schauen? Selothorn. Wer findet diesen? Mann. Ah. Oh, dieses Mal. Ähm. dieses mal brauche ich da den stempel nicht wir gehen den normalen weg durch ihn kamst du darauf speziell die weg mit also seid ihr beide nintendo fans oder auch solche selda fans lasst mich in ruhe ich glaube wir haben es geschafft perfekt oh ein geist raus ein geist raus müssen wir hin ernsthaft gibt es das gibt es das das erinnert mich so ein bisschen an luigi's menschen du wirst sterben so geil danke hast du es gesehen ja ich hatte auch bis ich das geschafft hatte oh oh ich glaube wir stürzen ja da steht allesamt hey jamiro hallo Alles mögliche bei dir. Einfach etwas. Ernsthaft, jetzt sollten die mich noch angreifen. Disco! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Es stürzt runter, oder? Ja. Ich habe es schon noch vermutet. Ja. Sehr schön, sehr schön. Jetzt aber nur eine Hälfte sind. Ja. Die Musik ist auch aber ganz geil. Erinnert mich ein bisschen an The Evil Within. Nein. So ein Käse. So ein Käse. Nein. Jetzt kann ich den... Ah, doch. Ich kann. Ich kann. Und ich werde. Yes. Nein, nein. Mhm. Wenn ich es nicht etwa zum tausendsten Mal durchgespielt hätte, würde ich es nochmal spielen. Gibt es da eigentlich irgendwie eine Ankündigung, dass das weitergeht oder so? Ja. 18.20 Uhr. Okay. Letztes Level für heute. Genau das war Toon Toon Music abspielen. Nein, nicht zeitgleich, wie jetzt hier Musik läuft. Man kann es leider nicht ausschalten. Genau das Level meinte ich. Fuck, das ist schwer. Das ist schwer. Ich will eine Katze. Komm, da ist bestimmt irgendwo... Ist... Und Soft. Okay. Wow. Yes. Kurz warten. Und weiter geht's. Yeah, wir haben es geschafft. Yes, yes, yes. Tanuki. Mhm. Mhm. Vom Levelaufbau her schon mit der Lavande und alles. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Rutschpartie. Nein. Ich musste ja noch drauf drücken. Und jetzt habe ich keinen Tanuki mehr. Ja. Die Böcke gab's auch. Das mag ich mich nicht mehr. Ja, sehr schön. Smiley. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, das Lava. Ja, 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 ja. Ah ja, die Wüstenwältin. Ich hasse nicht. Die Slee. Die habe ich ihm gehasst. Boah, wie der Schwein. So süß die Mäuse. Boah. Nein. So ein Käse. Wirklich so ein Käse. Jetzt war ich doch schon so weit. Ich hätte nicht mehr viel gehabt. Juhuu. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geht alle weg. Ich habe ihn falsch, aber jetzt ich habe es trotzdem. Komm zu mir, komm zu Papa. Ah, ich will das Level jetzt noch schaffen, bevor ich gehen muss. Komm. Turbo-Cut-Tanooki. Leider im Lava steht er auch. Sehr schön. Wo weg. Wo weg. Du auch tot. Jetzt muss ich nur noch den letzten Partys schaffen. Ich weiß, dass meine Länge. Jaaa... Gibt's nicht. Es gibt's nicht. Es reicht von der Zeit her nicht mehr. Wir müssen das nächste Mal machen. Gott, meine Güte. Ein Millimeter vor dem Ziel. Ein Millimeter. So ein Käse. Wirklich? Nein, 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 nein. Mhm, der Skill ist weg. Zum Glück muss ich bei Outlast keine Skills gebrauchen. So. 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 So.